und dann willkommen zurück lasst mich kurz gucken ob die aufnahme passt blub 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 sieht doch sehr gut aus dann kann ich die alte aufnahme auch gleich noch den nennen und dann geht's auch schon weiter ich nur mal was das wo lang zum 35 und weiter geht's die ausgerüstet instant wenn er probiert ernsthaft ja nicht rennt einfach raus nach links unten und töte ihn weltkanzler ist das war es das tut er schaffte nichts keine chance bounty lecker denn ich frühstücke nicht nicht wirklich haben aber in meinem zimmer so viel schokokram da muss man einfach zu lang oh gott noch die große kacke ja jetzt schauen wir mal das schöne ist nämlich das schöne ist nämlich an meinem körper bin es keiner tun es könntest du hallo aber nach kommen also wirklich nicht aber ich habe so einen coolen körper ich weiß nicht warum aber ich nehme einfach nicht zu also schwierig ganz schwierig ich muss so viel essen und kann schoko essen ich kann chips essen ich kann futtern was ich will jetzt werden mich alle hassen wenn ich das offenbare passt also auf denn auf 1 meter 77 oder hat ja ausgerüstete klingeln und sie sind alle war wie weit die kommen krass auf 1 meter 77 laut pass laut also per so personalausweis 1 77 wie gehe ich um die 62 bis 64 kilogramm da da pendelt sich das immer so ein grob zumindest nach unserer waage das hat sich nie wirklich geändert also ich war mal auf 55 50 bis 55 dann kam die nessel sucht dann kam das kortison da habe ich dann zugenommen aber auch nicht so viel das waren sieben kilo also für andere sieben kilo da ich eh schon krass untergewichtig war war das für mich gar nicht so schlimm es war ein bisschen doof jetzt habe ich so fett polster unter den knien also die veränderung macht man merkt einfach mal also ich merke das es ist es fühlt sich blöd an aber immer noch ist es im rahmen also bis 70 wäre okay denke ich mal für meine größe und solange das bleibt genieße ich das auch ums verrecken also ganz im ernst war wieso sollte ich nicht wenn ich schon mal das glück habe nicht wie die meisten anderen auf mein gewicht gucken zu müssen mit boah kann ich das jetzt essen darf ich das muss ich jetzt sport machen muss ich jetzt kalorien zählen was es nicht alles gibt es ist doch zum kotzen also ich kann das nicht nach empfinden weil es mir nicht so geht also ich kann mich nicht hinein fühlen aber ich kann definitiv sagen dass ich da null bock drauf hätte und unglaublich froh bin dass ich mich mit diesem kram nicht so auseinandersetzen muss und dann genieße ich das auch weil es wäre frevelhaft es aus solidarität irgendwie nicht zu tun denke ich wenn ich schon darf sorry dann dann gönne ich mir das auch nur also nur weil alle anderen nicht dürfen weil sie einen anderen körper haben soll ich darauf verzichten sorry warum wenn ich das glück in diesem leben habe so einen körper zu haben wer mir das erlaubt ja dann mache ich auch aber hallo und ich denke das kann mir keiner keiner übernehmen als andere macht für mich keinen sinn wieso sollte ich darauf verzichten also es ist jetzt nicht so dass ich jeden tag dauernd chips und shockey mich rein futter dazu kommt meistens mehr wie gesagt ich frühstücke nicht nie gar nicht ich esse auch sehr wenig ja nein ich esse viele nudeln also wenig weizen kann man nicht sagen das stimmt glaube ich nicht weil es sind zumeist weizen aber ich frühstücke halt nicht so und dann esse ich meistens nur mittag eine große portion und abends noch eine kleinigkeit und das war's inzwischen dringend habe ich nicht viel hunger also ich erst selten wenn dann dann futter ich auch eine ganze tüte 200 gramm chips mit frischkäse weg auf einmal und unten ein zwei rippen schock das kann passieren so da habe ich keine ahnung wie ich das halten soll also bei aller liebe nicht drei helden rippen rippen ripp alex ich sterb hier gleich so weg instant kill das überlebe ich nicht aber ich wüsste nicht wie ich bei aller liebe nicht aber ist das ich probiere ich probiere das jetzt einfach und dann sehen wir schon ob das klappt oder nicht so der wächter ist wichtig das ist wichtig das ist sehr wichtig vielleicht ist der regen gar nicht so wichtig machen wir es mal eher so oh ja geil drogas ist instant da super das tor bricht gleich die schießen nicht da kann ich gleich rausgehen das war ich gar nicht probieren sorry also bei aller liebe das ist auch in der minute vorbei und die zeit speichert also nee nee nein was fehlt noch da unten wieso gibt er nicht auf ja gut aber er hat einen verbindeten dabei würde ich aufgeben lob von dem her es macht ja auch sinn stellt euch mal vor alles würde hier aufgegeben werden vom gegner wäre auch doch das wäre dann ziemlich schwachsinnig die frage ist ob ich nicht auf den ersten ansturm warte doch das mache ich ich stelle mich jetzt auf der kann ja rumlaufen die können darum laufen aber die die behalte ich da so weil das macht schon sinn so ne um die orks kümmern sich obwohl ja level ist ein bisschen ist da nicht ein troll immer beim leuchtfeier so weil irgendwo hat es ja diesen diesen kamul und gegen den muss ich gewappnet sein beziehungsweise ich sollte halt erstmalig gucken wo ist kamul wo genau ist er so was hat er jetzt gelernt bringt feindlichen helden und jetzt jetzt haben wir was nützliches gelernt jetzt ist er mächtig davor ist er super nutzlos eigentlich also nicht super aber sehr nutzlos aber jetzt jetzt gibt es ordentlich boom man ja lass es wird es ist ist ok sollen sie machen wortzen hier die so toll jetzt habe ich ein sägewerk ohne arbeiter geilo naja ok ach den kann ich nicht unter meine kontrolle bringen oder was wie unfair also fliegende helden gehen nicht wir sind aus irgendeinem grund immun ganz toll ja ich bin mir da gerade nicht so sicher es ist alles ein bisschen blöd hier gerade ich dachte halt ich könnte mir den helden holen aber da geht halt gar nichts was ist das was ist das nein ah sie ist so wie blöd ja die wahrheit wenn es nur so einfach wäre das sieht schlecht aus ja unsere sägewerk ist kaputt da geht halt nichts was soll ich jetzt noch machen ich glaube das wird nichts mehr hätte ich nicht gedacht er hält es halt so nutzlos ja wundert mich nicht die machen wir auch hier alles kaputt da geht dann auch nichts mehr nicht gut haut doch das fiech kaputt so gleich kann ich jetzt zurückschlagen mal sehen ob das was wird der stirbt schon wieder sehr fraglich das level hier sehr sehr fraglich ja das da bin ich mir nur mehr zu sicher da bin ich mir wirklich nicht sicher so die sind stufe 2 das ist auch schon mal nicht schlecht so der darf auf gar keinen fall sterben nein genau so da kommen jetzt weiter das ist natürlich problematisch oh god so schauen wir mal ob hier noch was zu retten ist oder ob es das wirklich schon war nein nein nur ein baumeister verdammt ne das war's ohne baumeister schaffe ich das nicht mehr keine baumeister mehr übrig was für ein scheiß ja hilft nichts ne hilft nichts so ist das einfach ziemlich bescheiden aber da machst nichts wupsi okay na gut ich hab's versucht es hat noch nicht funktioniert dann probieren wir es einfach wieder und wieder und wieder ich hab ja noch ein paar truppen übrig die können wir ihm jetzt einfach hergeben und dann probieren wir es nochmal über ethelien irgendwann muss es ja klappen so ob ich mich hierher begeben soll weiß ich nicht jetzt frag mich sie immer dann wo geht man jetzt hier lang das da oben wollte ich mir noch holen ja machen wir auch noch so hier droht keine gefahr hier droht gefahr hier droht gefahr und der rennt runter und hier schaut alles soweit ganz gut aus würde ich sagen ja 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 passt 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 und der nächste angriff uh haha ok ne warte mal das speichern wir nochmal ganz kurz ab da bin ich jetzt nochmal am gucken was oh god wie machen wir das jetzt wie machen wir das jetzt ähm keine ahnung das könnte funktionieren Dol Guldur schon wieder machen wir noch schnell Dol Guldur das dauert nicht lang das kriege ich hin auf die Schnelle bevor die nächste Pause kommt genau ne schwierig 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 was will man tun hm das ist die ganz große Frage so Türchen öffnen Türchen öffnen Türchen öffnen Türchen öffnen Türchen öffnen so die sollen hier bitte durch ok ganz easy das holen wir auch alles noch dazu Obwohl ich Region verloren habe, habe ich jetzt mehr Kommandeurspunkte. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh nein! Ah, die sind ausgerüstet. Na, die Katapulte treffen nicht. Verlisten. Na ja. Das passt schön. So, bauen wir weiter. Irgendwann wird das schon. Was ist denn da? Nix, was ist... LOL. RIP. Das muss so wehtun. Ach du Scheiße. Autsch! Es muss wehtun. Es muss definitiv wehtun. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Habe ich für dieses... Für die Episode schon ein Code-Wort? Wenn nicht, dann wird dieses Code-Wort schmerzen. Weil nichts anderes werden diese Spinnenreiter gerade erfahren haben. Wette, das muss wehtun. Sorry, das muss einfach wehtun. Und es war so richtig heftig. So richtig eklig. So... Autsch! Einfach nur Aua. Aua des Todes. Ja, da könnt ihr nicht baneln. Ich bin ein blöder Ork. Ich kann gar nichts. Da hat's einen Asok. Der stirbt jetzt. RIP Asok. Na, komm. Was will er da noch machen? Oh, hier ist fast was gestorben. Okay. Ja, ganz fertig ausgerüstet sind die nicht alle, ne? Aber das ist jetzt auch in Ordnung. Das ist wie's ist. Ja, sie wehren sich halt so ein bisschen. Aber auf Dauer ist das auch erledigt. Na, was wollen sie noch groß machen? Blündert es! Haut sie zu brei! Na gut, wenn wir noch nicht gewonnen haben, kann ich ja jetzt dann anfangen demnächst meine Truppen auszurüsten, ne? Dann ist das ja selber schuld. Wenn er mir das ermöglicht, ja, dann. Oder er stirbt und das ist Chi-Chi. Na also. Na also, geht doch. Schöne Sache. Chi-Chi gewonnen. Also so wird der Dollygolduonet einen einnehmen können. Das kann ich voll vergessen. Der hat zwar da hinten schon wieder eine Armee, aber auf Dauer... Pfff, ne. Keine Chance. Keine Chance. Heyo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumenrauf-Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.